Hiho und willkommen zurück, mein lieben Aufbau- und Simulationsstrategiespiel, was auch immer, Freunde, zu Majesty HD. So, wir gehen gleich wieder in die World Map rein. Haben noch ein paar Advanced-Missionen, aber vorher habe ich ja letztes Mal hier oben die Downloadable-Quests entdeckt. Und dort Vampiric Revenge und Wrath of Chrom. Wrath of Chrom ist eine Experten-Quest, die tue ich also als allerletztes machen, also erst wenn wir den Norden sogar fertig haben. Weil ich habe geguckt, das ist eine Extra-Quest für die HD-Vision. Und Vampiric Revenge ist eine Beginner-Mission, das ist nämlich... Ja, die Mission aus der Demo, die ich damals ziemlich oft gespielt habe, muss ich zugeben. Ja, ich hatte nie das Glück damals, als ich noch jünger war, das Original-Hauptspiel besitzen zu dürfen. Deswegen habe ich ziemlich oft die Demo gespielt und kenne sie heute sogar noch auswendig. Ja, wir müssen ein Dark Castle zerstören und die Bewohner auslöschen. Die, wie der Name schon sagt, Vampire sind. Also, nehmen wir die Quest. Ja, your majesty rumors of a life-training mannens are spraying through the countryside like wildfire. You must lead the heroic crusade to drive this evil presence from our fair land. Ja, das ist die Demo-Mission. Die starten wir nämlich sogar mit einem Guardhouse und einem Marketplace. Und wir können hier nur... Ja, wir können nicht mal das Guardhouse upgraden in der Demo-Mission. Und den Palast auch nur auf Level 2. So. 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 Bauen wir unsere beiden Gilden, die wir haben können, auf. Majestät, der lokalen Blacksmith offreit neue Services. Und er forscht schön alles. Wenn unser König ist zu prosper, braucht er mehr Heroin. Ja, Helden werden wir auch gleich ausbilden. Also ja, einfach der Vollständigkeit halber und um ein bisschen was aus meiner Kindheit wieder... Oder meiner Jugend, besser gesagt, wieder Rauch hochzubringen, machen wir einfach mal die Demo-Mission, wenn sie uns schon zur Verfügung steht. Die dürfte sogar nicht so lange dauern. Gleich mal eine Marketplace anschmeißen, weil unsere Helden können ja noch nicht viel. Wir haben nämlich noch keine Helden. So, Ranger-Gilde ist gebaut. Die Warrior-Gilde, die braucht noch eine Weile. Die Ranger-Gilde hält halt einfach nicht viel aus, weil es halt einfach nur ein paar Zelte sind. So, unser erster Held. So, dann gleich mal upgraden. Werden unsere Passanten getötet werden? So, unser Ritter schlägt sich mit der Ratte. So, Markplus können wir hier auch nur auf zwei upgraden. Soverein, ein Bild hat sich upgraden. Reicht allerdings auch, erst mal. Sogar die Schmiede können wir nur ein zweites Mal upgraden. So, wir haben unser Helden-Roster voll. Ja, und wir kriegen unseren Wizard. Beziehungsweise unsere Verstärkungstruppen. Das sind ein Wizard. Das sind zwei Wizards. Ah, ja. A pair of wizards have accidentally teleported in your domain. Ja, das ist ein bisschen gescriptet. Ein paar Sachen, die auftauchen werden. Nämlich zwei... Ich glaube, Wizards war das erste und als nächstes taucht ein Paladin auf. Noch. Ja, der holt sich überall das Geld ab. Ich glaube, ich glaube, ich erforsche auch gleich mal. Oh. Das war einer meiner Warrier? Sag bloß, die werden gerade durch diese Pflanzen, die er getötet. Ja, die kriegen ordentlich Gift ab. Das ist das Problem. Das heißt, jeder wird es auch gleich erwischen. Das ist halt gerade ein bisschen blöd. Genau. Hau den Zombie. Level ab. Dass wir diese Pflanzen-Dinger loswerden können. Und ja, viel weiter wird unser Kingdom jetzt erstmal nicht wachsen. Hast du schon? Ja. Du hast schon Tränke. Sehr gut. Ja, noch ein Protection-Ringer forschen. Und dann ist als nächstes dann, wenn wir wieder genug Geld haben. Mal sehen, ob der Level 4er das aushält. Ein unbekommener Gast. Jo, er hält es gerade so aus. Hat er Heidränke? Nein, hat er nicht. Ah, das wird übel für den Enten. Oh, er hat es überlebt. Okay. Oh, da kommen Minotauren. Da kommt eine kleine Minotauren-Armee. Ja, die wollen meine Häuser einreißen. Da legt sich einer mit dem Troll an. Da hat sich einer mit dem Troll angelegt. Das ist wieder jetzt blöd. Ja, ein Paladin ist angekommen. Da ist einer der Magier von einem Troll getötet worden. Wow, die haben die, die haben die Blacksmith-Krazo gerettet. So, jetzt muss noch der Troll weg und da sind wir erstmal sicher. Und dann repariert hoffentlich jemand die Schmiede. Alle sind in der Schmiede drin. Das ist auch lustig. Ich hau die Schmiede an. Horde von Helden rennt raus. Tötet dich. Renn wieder rein. Ich könnte theoretisch hier auf den Paladin umschalten. Wenn ich ihn finden würde, ja. Der Magier ist da oben ganz gut bei der Sache eigentlich. So, jetzt graden wir mal das Ding ab. Oh, da habe ich zu spät geklickt. Egal. Gradet mal den Palast ab. Oh, unser Paladin, z.B. Creature Dance. Sehr schön. Und wir haben das Black Castle. Disturb my slumber, they will show you what mortal means. Signed master of the dark castle. You hear us, I found a dark castle. Destroy it. Nein, jetzt noch nicht. So, wir haben alles abgegradet. Dann können wir jetzt gerade mal die Wizard Guild noch bauen. Setzen wir sie da oben hin. Die baut sich ja zum Glück von selber. So, da kommen ein paar Trolle, ein paar viele Trolle. Der hat zum Glück kein Geld grad dabei. So, jetzt hat unser Zauberer endlich mal ein Zuhause. Und wir können weitere anheuern. Das Haus müsste eigentlich mal repariert werden, aber es scheinbar tun unsere Passanten keine Häuser reparieren. Wir haben da einen Besucher. Und ja, Palast können wir auch nicht weiter upgraden. So, noch mehr Wizards. Ja. Ja, die Mission ist eigentlich schon so gut wie gewonnen. Greif lieber das da an, anstatt dass du das Dark Castle angreifst. Welkommen, Gast.